Hallo liebe Follower, wir sind heute mit unserem Videodreh bei TASKIN Natürliche Vielfalt. Herr TASKIN, stellen Sie doch bitte mal kurz vor. Hallo, willkommen bei TASKIN Natürliche Vielfalt. Osman TASKIN mein Name. Wir sind in Ludwigsburg ein veganer, vegetarischer Imbiss. Dazu haben wir noch auf dem Wochenmarkt in Ludwigsburg einen Bio-Stand, wo 100%ig Bio-Ware verkauft wird. Dann möchte ich ein paar Fragen an Sie stellen. In welcher Branche ist Ihr Betrieb aktiv? Was genau wird bei Ihnen gemacht? Wir haben hier zwei Standbeine. Der erste Standbein hier, unsere Zentrale, unser Imbiss, wo vegetarisch-vegane Ware verkauft wird, beziehungsweise gekocht wird. Wir sind spezialisiert auf Falafel und vegane Speisen. Dazu haben wir auf dem Wochenmarkt in Ludwigsburg einen Bio-Stand, wo ausschließlich Demeter und Bio-Lackwaren verkauft werden. Auf dem Bio-Stand wird Obst und Gemüse verkauft. Wie viele Menschen sind bei Ihnen tätig? Wir sind insgesamt drei GbR-Betreiber, also drei Geschäftsführer und dazu sind sieben Mitarbeiter eingestellt. Welche Ausbildungsberufe bieten Sie an? Wir bieten den Ausbildungsberuf als Verkäufer an. Die Vielfalt an dem Ausbildungsberuf bei uns ist, dass man hier im veganen Imbiss verkaufen lernt und auf dem Wochenmarkt Obst und Gemüse lernt. Wie lange beträgt die Ausbildungszeit? Die Ausbildungszeit beträgt zwei Jahre, kann verkürzt werden mit einem guten Abschluss auf eineinhalb Jahre. Wie ist das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis in Ihrem Ausbildungsbetrieb? Wir sind sehr praxisnah und man erlebt hier bei uns die aktive Tätigkeit als Verkäufer. Man ist direkt mit den Kunden verbunden. Dazu kann man Erfahrungen sammeln beim Einkauf und Verkauf, gleichzeitig auch bei der Bruchhaltung. Auf welcher Berufsschule werden die zukünftigen Azubis ihren theoretischen Teil durchführen? Da wir in Ludwigsburg ansässig sind und unsere Zentrale auch in Ludwigsburg ist, werden die Schüler hier in Ludwigsburg zur Schule gehen. Höchstwahrscheinlich auf dem Brümerhügel. Welche Fähigkeiten und Anforderungen sind eine wichtige Voraussetzung für Ihre zukünftigen Azubis? Bei der Ausbildung als Verkäufer ist es sehr wichtig, eine Kundennähe zu haben und Menschenkontakt. Die Kompetenzen wie Sozialkompetenzen sind sehr wichtig, da man ständig mit verschiedensten Menschen zu tun hat und keine Kommunikationsengenste haben sollte. Was noch wichtig ist beim Verkauf, ist die Freundlichkeit des Abendbruchs. Jeder Kunde kennt uns als die netten Taskins. Was bieten Sie den zukünftigen Auszubildenden an, dass Sie attraktive bei Ihrer Auswahl machen? Wir bieten unseren Azubis jeglichen Verkäuferfähigkeiten an. Da wir ein kleines Unternehmen sind, werden Sie hier bei uns die Selbstständigkeit lernen. Das heißt, wenn man bei uns zwei Jahre Ausbildung macht, könnte man sich theoretisch gesehen, wenn man die Lust drauf hat, am nächsten Tag selbstständig machen. Mit allen Fähigkeiten, die wir haben, werden wir auch unsere Azubis ausbilden. Was würden Sie gerne noch zum Arztkurs erwähnen? Wenn ihr Lust habt, nicht leben lang irgendwo zu arbeiten und euch irgendwann mal selbstständig zu machen, dann ist die Ausbildung bei Taskin Natürliche Vielfalt die richtige. Wir freuen uns auf jede Bewerbung. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.